Die Zeit konnte man sich gar jetzt noch leisten. Sieht ihr das? Ein 38er, wie ihr gesagt habt. Also, da hilft es nichts zu finden. Wir sollten uns ein Hausrat sehen. Vielleicht geht's noch einfacher, oder? Schon wieder ein Video. Erinnern sich diese Frauen denn wohl von Kartoffeln, Chips und Kohle? Fast darum verkehrt. So, jetzt schließt er ab. Moment, da draußen muss irgendwas sein, was McCracken nicht gefällt.